Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte 5-Zimmer-Reihen-Mitte-Haus befindet sich in Siegburg-Kaldauen. Das Haus verfügt über 3 Außenparkplätze. Es hat 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 306 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 141 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 295.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017